Mitte Mai besuchte der Bundestagsabgeordnete Christian Jung zusammen mit Bürgermeisterin Ute Göbelbecker den Ortsverband des Technischen Hilfswerks Dettenheim. Christian Jung informierte sich über den aktuellen Zustand der Ausrüstung und über die Herausforderungen, welche die ehrenamtlichen Einsatzkräfte während der Corona-Krise zu bewältigen haben. Außerdem tauschten sich die Anwesenden über weitere Maßnahmen aus, welche das Technische Hilfswerk in seiner Arbeit zukünftig stärken könnten.